so da dann schauen wir mal haben wir nach da oben noch was was habe ich jetzt überhaupt bekommen ok ein ruinen nicht fehlenfeuer rüstung feindliche einheit wir bestürmen ich rieche hier schon wieder jedes mal hier und ihr wartet hier hier natürlich und einen tollen und durch fächer wieso eigentlich sich eigentlich so schnell was ist denn da los es wird auf jeden fall ist was geschehen und ich behaupte hier hinten finden wir ein fass und noch ein fass und noch ein fass und kiss ist nicht mehr warten aber hier finden wir und jetzt weiß ich dass schon drei fragmente schon drei bonus für jeden angriff natürlich wieder zweimal ist gekommen dieses hier aber bisher schon viertels aufgeladen wieder das verfallende tor könnt ihr schon einreißen irgendwo da draußen und zack wir müssen uns und das sind die wieder nass egal kommt ich kann nicht mehr warten ach wir haben ja auch leute dabei die die magie aufheben können wir sind ja richtig professionell ausgestattet es lohnt sich wirklich wenn man darauf schaut dass die einheit nicht sterben ja ja aber trotzdem interessant wie sich die geschichte jetzt wieder weiter entwickelt wahlweise damals entwickelt hat das einzige problem dass ich jetzt noch sie ist wir müssten irgendwie langsam mal an iran rankommen muss ja hier irgendwo sein und ich habe wahrscheinlich wieder irgendwo ein fragment übersehen aber gut ich bin froh über jedes dass wir finden ohne großen manas und alle einheiten haben wieder volles mana ein gebrüll für alle und deutlich fächer und für den ganz großen landen einen vergifteten deutsch das sind doch die für uns auch kein hindernis ich kann nicht mehr warten fallen wie sie fliegen die ehemaligen elf seht herrin noch mehr von guldans glüfen ja guldans bericht wird zunehmend verzweifelter hier steht hinterhalt der wächter ich sterbe hätten meine diener mich nicht verlassen wäre das auge mein und verdammt sage ras so gebe ich mich nicht geschlagen ich bin guldan ich bin die inkarnation alles finsteren ich kann nicht so enden weiter kam er nicht die runen hören einfach auf ich kann mir kaum vorstellen was guldan in seinen letzten augenblicken grauenhaftes durchmachen musste das werden wir wahrscheinlich jeden moment herausfinden beenden aber was soll es kommt hier mal was fehlschlag macht das ding kaputt was für ein riesen tor das sind ja die schon wieder gerechtigkeit wird geschehen die schuldigen werden leiden ich muss ich sagen bin ich fast schon etwas gefisselt davon wie sich es bis jetzt entwickelt hat das flüstern hinter diesem tor das könnten die dann und seine handlanger sein da ist irgendwo da draußen ja ja das ende das neun der mahnung ist nichts weiter ich habe mich schon gefreut dass wir noch mehr finden unsere zeit ist knapp sofort und hier raus mit dir ich werde die jagd beenden und jetzt sagt mir das in einer von diesen kisten es schwört einen firmen Gerechtigkeit wird geschehen nehmen wir mit ich weiß ja nicht wie die hier runter kommt diese Rune aber wir nehmen sie mit so und kurz vor einer der letzten türen wahrscheinlich bimmelt wir das headset dass es keinen sachen mehr hat ich bin sofort wieder anwesend so und wieder da ich dachte eigentlich das headset wäre voll aufgeladen aber anscheinend habe ich da falsch gelegen so wo ist der damn luck das ende rückt näher ja wächterern shadowsong ihr habt es endlich geschafft ich wusste es ihr müsst für vieles bösen illidan ich bringe euch in eure zelle zurück naivität passt nicht zu euch als ich die macht von guldans schädel absorbierte erbte ich auch seine erinnerungen besonders die an diesen ort und an den dunklen preis den er begehrte ja die macht von sage ras ihr wolltet sie für euch haben diese macht ist unerreichbar für mich kleine wächterin aber dies das auge von sage ras enthält alle macht die ich brauche um diese elendige welt ein für allemal von meinen feinden zu befreien welche ironie dass ihr das erste opfer seid ihr seid wahnsinnig einsamkeit kann den verstand zerstören da ihr mich lange jahrhunderte in der dunkelheit angekettet habt ist es nur rechtens dass ich euch ebenfalls begabe verdammt ich muss zu schandos storm rage und ihn über den verrat seines bruders informieren mit meiner macht kann ich entkommen doch ich fürchte für euch anderen gibt es keinen weg hinaus geht herrin die göttin wird uns den weg ins jenseits erhellen ich werde euch nie vergessen meine schwestern ihr sollt gerecht werden ich schwöre es nun aber muss ich einen weg hinaus finden bevor dieses verfluchte grabmal im meer versinkt und so schnell haben wir naisha verloren so ein misst aber auch was seid ihr denn los kämpft ihr mit den mit den leuten hier und lasst mich durch helle badge nichts wie weg hier das ist nur noch drei minuten los bewegt sich ich habe das ungute gefühl ich werde auf dem weg nicht alle runen finden aber es ist mir egal los lauf bewegt sich ich bin nicht da äh kommt was ach du schade helle badge runen der großen heilung nichts weh nichts ich kann nicht mehr warten die zeit ist gekommen nur wo ist die brücke ok gut alles geplant alles geplant ich kann nicht mehr warten 3 libysche fragmente ne ist egal drei ist besser als gar keins wie viele denn noch ich kann nicht mehr warten runen des maras verflucht eine halbe sackgasse ja ja das wirst du beziehungsweise hast du bald keine chance mehr dazu die zu beenden das eine rune und hier einmal durch die heilung mitgenommen hier die ganz guten soldaten die wir verloren haben was für eine unverschämtheit oh mein gottes will mit 100 pro bin ich wieder an 25 tun vorbeigelaufen das ist egal kommt hier durch lasst mich ich bin ein armes einsames mädchen und diesmal stimmt sogar aber von der zeit her schaut ganz gut aus die rune des abschirmens ein schild der einen feindlichen zauberpferde einer ist keiner ich kann nicht mehr warten was haben wir hier noch ja stimmt da müssen wir los 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 wirklich die schuldigen werden ja irgendjemand wird auf jeden fall leiten aber wir nicht wir sind fast in sicherheit die schuldigen werden allein wenigstens das haben wir geschafft aber allerdings ohne die schattenkugeln ja ist egal wir sind raus allerdings nur wir allein der rest ist wahrscheinlich schon längst im jenseits so der überblick die einheiten punkte die helden punkte die rohstoff punkte alles klar dann machen wir noch ein mission hier in kapitel 4 zorn des verräters stunden später war schwer verwundet und erschöpften die relative sicherheit ihres stützpunktes zurück was ist passiert herrin wo sind nysha und die anderen sie sind verloren das auge von sagaras und begrubt mit dessen macht unsere schwestern bei lebendigem leibe nun will er uns verbliebene auch noch ausschalten uns bleibt nur die möglichkeit nach kalim dort zurück zu segeln und schande stormridge wissen zu lassen was sein bruder plant es ist zu spät herrin elidans streit macht ist hier wir können nicht entkommen aber vielleicht verstärkung rufen holt die botin herbei sie muss die küste erreichen und nach kalim dort segeln mit etwas glück ist schande stormridge hier ehe wir überwältigt werden beeilt euch schwester die botin ist in schwierigkeiten beschützt sie tor elisa terranal schande hoch und einiges blitz auch noch die nacht elfen transporter retten die bote muss überleben der stützung muss erhalten bleiben ach du schande ok der reihe nach die gruppe der boden kann durch landeinheiten aus ihrem stützpunkt verstärkt werden aha und wie soll das gehen ist egal hier ist ja der bereich gerade eingestürzt dachte ich ja klar super quellbrunnen blablabla kommt wer damit hilfe ich den ganzen spielstützer hat dabei ist es ja hier in anführungszeichen nur ein gewitter das klingt gut wo ist denn hier meinen 5.000 münzen ich bin mit der gesamtsituation unzufrieden und von hier aus werden sie auch gleich angreifen nehmen wir das da also zwei stück und das da und dann schauen wir mal hier jetzt bin ich allerdings auch viel gerechtigkeit so macht das kaputt naja es kann sogar heilen so hier was kann luft eigentlich sehr luft wir haben eine alte grabungsstätte gefunden vielleicht birgt sie ein artefakt unseres alten königreichs durchsucht die grabungsstätte wir nehmen uns was immer wir finden können so die göttin will ist etwas dabei was wir gegen ilidan und seine schlangen einsetzen können gerechtigkeit wird geschehen unser heilige heim die nage ausgabe also gut also gut also gut wo sind die nage ausgabe wo haben wir denn hier wird gebaut dann gibst du mir hier mal noch so einen dazu zwei stück drei stück ich sehe gerade wir brauchen auch ziemlich viel holz können wir hier nämlich noch zwei weitere hinstellen zumindest in der theorie so die boten haben wir auch noch 100 pro sind hier irgendwo noch die grab grab vergräbungsstätte ach ist egal auf jeden fall die typen die wir umhauen wollen das war der falsche knopf ich bin wach und wach ist ja auch das kann doch gar nicht besser laufen hier noch einen und die mission erinnere ich mich gar nicht mehr das heißt wahrscheinlich wird es gleich sehr peinlich so werden ein zeit limit nein ja 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 ist ja gut hat die dann einfach mal alle unter sich behaben weil weiß alle unter dem tempel hat die ausgabe wir haben sie gewonnen die ganz nager serena irgendwas serena kommis mal hier nach unten reparatur heine hier danach ab in den baum das ist auch nicht normal zack stimmt gibt es bei dieser ausgabung stelle irgendwelche goldmünzen zu goldmünzen schnell ich habe goldmünzen gesehen krummstab der negation band magie in einem gebiet ach so quatsch zack sammeln sie weiter goldmünzen in den tempel ruinen ein um ihren stützpunkt weitere verteidiger zu erzeugen auf jeden fall hier kann man nichts mehr kaputt machen wir sind gleich am hafen angekommen perfekt aber das würde mir zu einfach gehen irgendwas fehlt hier noch ein unentdeckter quest und die nachtelfentransporter retten weil hier noch ein paar dazu dass wir euch gefunden haben und verstärkung die jagd wartet ich stehe auf verstärkung das einzige was mir zur frage ist wo sind die restlichen die zeit ist gekommen die restlichen ausgabungsstätten auch kommt jetzt muss ich extra aus herum gehen ist ja doof also nicht doof aber ich hätte wissen müssen dass das so kommt hier zwei noch sammeln noch mal zwei stück hier haben wir ein paar verteidiger noch ich würde gern hier noch ein bisschen was erforschen und hier natürlich auch was das eigentlich erhöht die schadenswirkung typisch ich übrigens einfach irgendwas drücken und sich dann wundern was es eigentlich ist so haben wir hier noch 2000 münzen okay ich bin dafür für mehr solche kollegen und dann noch einen pass auf das machen wir so ein automatischer barriere man gehst du hierhin laufen und wenn alle repariert was gehst du dann hier in diesem baum hoffentlich versteht also moment aber so so und also jetzt hat es hoffentlich verstanden hier wird erforscht haben wir uns mal hier noch zwei drei soldaten dazu hier haben wir doch noch einen genau hier noch zwei dazu ein bisschen upgraden das holz fehlt ich hab's gewusst irgendwas fehlt ich hab's gewusst ja ausnahmsweise bin ich mit dir einer meinung so hier haben wir noch eine ausgabungsstelle gefunden es fehlt ihm einiges zeug auszugraben was von da unten ach nee fliegende einheiten verdammt 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 mehr schützen habe ich hier keine schützen mehr werden wir erobert land land und luft anheilen ok ok ich hab damit nicht gerechnet du gehst mal hierhin und dein urtum haben sie kaputt gemacht ich flipp doch aus ich stelle mir hier noch eins hin und hier noch eins hin und jetzt jetzt reicht es aber langsam du gehst noch holz sammeln was ist er jetzt kaputt gemacht ok ok es war vielleicht nicht so schlaut zu machen während wir hier angegriffen werden das wird repariert ihr geht wieder nach oben du gehst nach unten so die man das hier schon automatisch und dann brauche ich noch einen und du baust mir hier 12 hin und hier gibt es hier goldmünzen nein aber eine langsamkeitskugel ja gut kommt das spricht mich alles noch nicht so an und bin ich etwas wählerisch ich gebe es ja zu ein murghul marodeur egal was er ist es ist auf jeden fall nicht mehr lange mehr truppen rekrutierungen direkt hier jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen also zwei punkte drei punkte von drei punkten werden wir angegriffen hier und hier von bodeneinheiten und hier von luftanheiten die grenzen meiner koordination sind wesentlich sind ziemlich schnell ausgeschöpft gerechtigkeit wird geschehen oh ja dieses mal wie bereits gesagt sehe ich das ganz genauso